Und dann gehen sofort die Raps raus und dann haben wir nämlich... Hey Leute, was geht? Willkommen zum nächsten Con of Duty Black Ops 3. Live kommt er hier und zwar hier auf eurer Texas Heavy TV. Jetzt geht's los erstmal hier schön auf der Map Womble. So, jetzt geht mal vor. Und ich sterb. Die zwei gehen vor und ich sterb oder was? Alter, gibt's doch nicht. Wir bleiben natürlich außen. Und dann ist es ein Sniper. Ich seh, nochmal den wegholen. Jawohl, wunderbar, oder? Oben ist er. Ich hab ihn gesehen, aber ich weiß, wenn ich jetzt da guck, bin ich mach. Jawohl, schönes Double. Ich geh da nicht hin. Ach, du... Wo kommt er denn her? Alter. Alter. So, wir müssen jetzt noch ein bisschen in Deckung gehen. Ich weiß gar nicht, haben die eine Drohne? Ich weiß es nicht. Sniper hat er. So, jetzt müsste gleich wieder hier drüben. Einer kommt da. Schönes Double. Oh, du bist ein a**ter Camper, Junge. Sei stolz drauf. Geh mal hier unten durch. Jawohl. Sehr, sehr nice. Und du müsstest gleich einer kommen. Da war einer. Seht, ob wir den uns irgendwie holen können. Alter, leck mich doch am Arsch. Du bist ein Pissenhub. Ja, es war so a**lad, dass ich die abbekomme. Ey. Da stand ja mein Name schon drauf. Aber jetzt ist immer noch vorne. Alter, erschreck mich nicht so. Da. Mitte. Scheiß Boxer. Das war schnell verpissen hier. So, jetzt sind sie wieder. Auf der Seite. Ich muss unbedingt erstmal weg hier. So, jetzt holen wir uns den, der da oben steuert. Oder auch nicht. Knappes Ding auf jeden Fall. So, hier kommt gleich einer. Den haben wir. Jetzt war hier oben auch noch einer drinnen. Oder der Kollege hat den schon. Okay. So, wir gehen wieder außen rum. Jawohl, da war noch einer. Müssen wir aufpassen. Probiert ihn mal durchs Fenster zu holen. Oh, ist ganz knapp hier. Sind die alle schon wieder auf der anderen Seite, was? Ah, das wird doch wieder meine werden. Den haben wir. So, erstmal schnell wieder weg. Wo kommt der Feind? Ich weiß es jetzt momentan gar nicht. Ich weiß es wirklich nicht, wo er ist. Deswegen halten wir uns mal ein bisschen zurück. Es wäre doch schön, wenn wir den Geist noch ziehen. Oh Mann, ich weiß wirklich nicht, wo der Feind ist. Aber ich will auch nicht campen oder so. Ah, danke. Danke für die Drohne. Den Hammer. Jetzt bleiben wir mal ein bisschen hier hinten. Kommt, die 50 werden wir doch noch kriegen. Das ist ein Assist, den wir brauchen. Komm, geh du mal vor. Es ist schweinegefährdend, was wir machen. Jawohl, den Geisthammer. So, Geist schnell raus. Hier, kommt er. Energiegärd kommt hin. So, mach du mal ein paar Kills, Geist. 2,25 Punkte. Komm weg, ja. Und dann gehen sofort die Raps raus. Und da haben wir nämlich alle Abschluss. Jawohl. Und abgeschlossen mit ein Sieg. Leider waren die Raps zu spät rausgekommen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo von dir freuen. Dann werdet das Video vor allen Dingen. Schau mal auf Twitter und auf Facebook vorbei. Dort wirst du immer über das Aktuelle informiert. Ich bin raus, euer Texas. Macht's gut.